Die Sendung wurde live untertitelt. Wie kann ich dir jemals danken? Ganz einfach, Baby. Indem wir uns küssen. Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Ja, wir wollten euch mit diesen Bildern unsere Lebenswege zeigen, die sich ja dankbarerweise vor drei Jahren gekreuzt haben. So, und bevor das Buffet jetzt eröffnet, möchte ich noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um ein paar ganz besondere Gäste zu begrüßen, die uns heute begleitet haben. Und ganz besonders freue ich mich auch, dass mein kleiner Bruder Björn es geschafft hat, heute zu kommen. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich sehr über eine Person, die da ist heute, das ist Nina. Nina, ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Nina und ich hatten eine schwere Zeit. Wir hatten auch lange keinen Kontakt. Und daher bin ich sehr froh, dass wir jetzt wieder Freunde sind. So ein Arschloch. Da ist er. Erst bedrückt er mich mit diesem Pferd. Jetzt verlässt er mich wegen dem Pferd. Dann will das Pferd heiraten und jetzt lädt er mich noch zur Hochzeit mit dem Pferd ein. So ein Penner. Was denn für ein Pferd? Es gibt niemanden, der mehr aussieht wie ein Pferd als Jennifer Wieland. Allein schon das Gesicht. Wenn Fury mal krank wird, muss man nur Jennifer Wieland fragen. Jetzt gibt's Rache. Okay. Will mich der Plan? Siehst du da die Regenrinner im Haus? Also. Du pferd hast die Regenrinne hoch, klangst dich an der Hauswand entlang, steigst durchs Fenster ein. Dann ziehst du dich nackt aus, versteckst sie im Kleiderschrank. Und wenn dein Fügel und Roger ins Schlafzimmer kommen, dann springst du nackt aus dem Kleiderschrank und sagst sowas wie Hi Schatz! Ist die olle Schabrake endlich weg? Dann zieh dich aus und lass uns weiter vögeln, du Hengst! Oder so ähnlich. Du kannst auch improvisieren. Da hoch. Äh... Wollen wir nicht vielleicht lieber 50 Witzen auf Rodgers Namen bestellen? Oder die Seitenspiegel von seinem Porsche abtreten? Mein Gott, du hast ja faustdick hinter den Ohren. Wollen wir vielleicht noch Klingelmäuschen spielen? Ich kann doch nicht diese scheiß Regenrinne da hochklettern! Warum nicht? Wozu warst du denn im Leichtathletik-Verein? Können wir nicht vielleicht einen anderen Racheplan austüfteln, bei dem ich mir keine Querschnittslähmung hole? Wo war denn Roger Angst? Vor chinesischem Essen. Na dann geh mal, da sind Hunde drin. Und der total schiss vor Gewitter mit Hageln niederschlag. Vor Schwulen. Oh, Schwulen? Und wie, der ist total homophob. Damit kriegen wir ihn. Wir outen ihn aus seiner Hochzeit einfach als schwul. Er ist aber nicht schwul. Ach, das ist doch völlig egal. Hauptsache alle anderen denken, dass er schwul ist. Vor allen Dingen Jenny. Du kennst doch diesen Schauspieler vom Tunneltheater. Benny. Genau. Du sagst, Roger, einfach, dass du noch zwei Freunde mit auf die Hochzeit bringen willst. Benny und mich. In der Zeit kümmere ich mich um ein paar Leute von der Presse und du überredest Benny, uns zu helfen. Und dann? Dann ruinieren wir Rodgers Hochzeit wie noch nie im Leben eine Hochzeit. ruiniert worden ist. Ich biete Ihnen diese Story exklusiv an. Es wird auf der Hochzeit von Roger Bowaak passieren und ist genau das Richtige für Ihre Zeitung. Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran? Herr Wagner, wir schätzen Ihre Arbeit wirklich sehr. Ehrlich wahr? Gerade hat der Redaktionsleiter in der SMS geschrieben. Der Artikel über den FC von Volontär Wagner, absolute Bombe. Hier, Herr Wagner. Bombe. Klasse Geschichte. Und trotzdem, so leid es mir tut, ich kann Sie nach dem Ende Ihres Volontariats jetzt leider doch nicht übernehmen. Was? Mir fehlen die Mittel. Ich empfehle... Machen Sie als Freier weiter. Da haben wir Möglichkeiten. Freiberuflicher Journalist, na das ist ja mal eine Machtlücke. Sie sind doch ein Guter. Es tut mir leid. Da fehlen einfach die Kapazitäten. Herr Neumüller, ich brauche den Job. Bitte. Herr Neumüller, ich habe ein kleines Kind zu Hause. Meine Freundin studiert noch. Ich brauche den Job. Wagner! Reißen Sie sich doch mal zusammen. Sorry. Das ist eine Entscheidung von ganz oben. Da kann ich leider nichts machen. Bitte, Herr Neumüller. Danke für die Zusammenarbeit. Mensch, Wagner, Kopf hoch. Wir telefonieren. Oh, und der Artikel über den FC, Wagner. Bombe. Bombe. Entschuldigung? Sind Sie Journalist? Bis vor einer Minute, ja. Vielleicht habe ich eine Story für Sie. Mein Name ist Susanne Matei. Hier ist meine Karte. Haben Sie nicht zugehört? Ich bin arbeitslos. Was soll ich mit einer Story? Vielleicht habe ich ja die Story Ihres Lebens für Sie. Was würden Sie sagen, wenn Roger Buwak einen Geliebten hat? Ich würde sagen, wer ist Roger Buwak? Der Comedy-Star? Der aus den Ghostman-Filmen. Der am kommenden Wochenende die Hauptdarstellerin heiratet. Ach ja, der. Und der hat einen Geliebten? Ist das nicht ein totaler Frauenhalt? Das ist doch alles nur Fassade. Für sowas gibt's die Regenbogenpresse. Die interessieren sich für so'n Krempel. Ich bin Journalist. Wenn Sie nur einen Spendenskandal bei der CDU haben, können Sie sich gerne nochmal bei mir melden. Hier, meine Karte. Heinrich Körsken! Was wollen die von mir? Was wollen die? Ich bin auch nur Schauspieler. Sorry, ich habe leider nicht so viel Zeit, ich muss gleich arbeiten. Was denn? Starbucks. Cool. Euer Theater ist schön. Ich war ein paar Mal mit Roger hier. Damals. Hat mir mal erzählt, wie er seine ersten großen Rollen gespielt hat. Schwachsinn. In besten Zeiten durfte der hier nach den Aufführungen die Stühle gerade rücken. Seine größte Rolle war der vierte Baum von links im zweiten Aufzug von William Tell. Was macht denn deine Karriere? Könnte besser laufen. Eventuell kann ich nächsten Monat in so einem Werbespot mitmachen. Vielleicht könnte ich dir zum Sprung auf der Karriereleiter verhelfen. Vielleicht habe ich ja was, was dich in ganz Deutschland bekannt macht. Ne. Ich weiß nicht, Nienchen. Ich habe gerade Klaus Mann gespielt. Und jetzt kommst du und willst, dass ich eine Tunte spiele, nur damit sich dein Ex auf seiner Hochzeit blamiert? Ne. 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 Dein Foto wäre in jeder Zeitung. Jeder würde wissen, dass du Schauspieler bist. Außerdem ist an dem Tag gerade Bildungsstreifen. Das ganze Ensemble würde bei der Demo mitmachen. Wegen Studiengebühren und so. Boah, Benni. Auf einmal mehr oder weniger kommt es doch da auch nicht drauf an. Außerdem geht da eh keiner hin. Ich denke, du bist Schauspieler. Da muss man auch Prioritäten setzen. Ja, genau. Ich bin Schauspieler. Und bestimmt nicht als Lachnummer in der Bild-Zeitung. Ich bin Schauspieler. Verstehst du nicht, was das heißt? Ich will Rollenspielen mit jeder Faser meines Körpers. Ich will sie leben. Ich will spielen. Captain Willard. Agirre. Guy Montag. Travis Bickel. Gerd Wiesler. Solche Rollen will ich spielen. Ja. Dann macht viel Spaß bei Starbucks. Dürfte ich ihren Namen erfahren, damit ich ihn auf ihren Frappuccino-Karamellbecher schreiben kann? Willst du dein ganzes Leben auf den einen Anruf warten? Die große Rolle? Die eine Chance? Hier ist sie. Du wirst dadurch kein großer Star. Du wirst keine Preise gewinnen. Aber jeder wird deinen Namen kennen und du bekommst deine Chance. Ich kann doch keinen Schwulen spielen. Wieso nicht? Ian McKellen ist auch schwul. Ja. Der hat es aber auch nicht nötig, auf der Hochzeit von Justin Timberlake den Bräutigamann zu baggern. Was ist, wenn irgendjemand das Spiel durchschaut? Wer soll's denn durchschauen? Du musst ihn ein bisschen anschmachten und betatschen. Die Presse bekommt ihre Fotos und das war's. Roger bekommt den Skandal, du wirst berühmt und wir bekommen unsere Rache. Also, wie sieht's aus? Da drüben sehe ich einen ganz besonderen Gast. Peter Rodan, der Regisseur und Autor der Ghostman-Filme. Und mittlerweile ein sehr enger Freund von Jenny und mir. Also wir, wir nennen ihn alle Perry. Wegen Rodan. Also Perry Rodan. So. Ich glaube, wir haben niemanden vergessen. Ja, dann würde ich sagen... Ach nee. Wie ihr wohl alle wisst, gab's bei den letzten Dreharbeiten zum Ghostman-Film einen tragischen Unfall. Deswegen Jasper, bin ich sehr froh, dass du heute hier sein kannst. Jasper war mein Stuntman und hat sein Leben für mich riskiert. Jasper, ich... Also... Du wirst immer mein Freund sein. Ja, falls wir sonst noch jemanden wichtigen vergessen haben. Es tut uns leid, war nicht böse gemeint. Also dann. Das Buffet ist eröffnet! Vielen Dankeschön. Alles Gute. Hey. Ja. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich freu mich so für euch. Danke. Wir sind so ein schönes Paar. Dankeschön. Ja, ich weiß, du hast viel um die Ohren, ne? Deswegen, danke, dass du gekommen bist. Ich hab gehört, letzte Woche. Noch 8,8 Millionen Zuschauer. Respekt. Du, die Frau da, ne? Die guckt die ganze Zeit in deine Richtung. Und sich mein kleiner Bruder hat eine weibliche Anhängerschaft gesehen. Oh Gott, das wäre nicht. Ich hab letzte Woche mit denen gedreht. Wie willst du? Keine Ahnung, warum die hier sind. Kannst du mir das Tape kurz beschriften? Ja. So, ich wär da soweit. Wer kommt doch mal hierher? Der Fäsche Feuerwehrmann Ferdinand. Also, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage. Und bei der Antwort wiederholen Sie einfach ganz kurz die Frage und antworten im ganzen Satz. Also Beate, dann erzählen Sie uns doch mal, warum Ihre Mutter sie bei Aschenputtelsucht-Prinz angemeldet hat. Weil... Na, weil sie mit 25 Jahren immer noch nicht unter der Haube ist. Da macht man sich als Mutter schon mal Sorgen. Erzählen Sie das einfach noch mal. Wie sieht's bei Ihnen mit Männern aus? Und immer im ganzen Satz. Mit Männern sieht's bei mir nicht so gut aus. Ich hab sie schon im Internet angemeldet auf so einer Kontaktanzeigenseite. Von alleine kommt da ja nichts. Und wir müssen realistisch sein. Eine klassische Schönheit ist sie wirklich nicht. Ja. Wie sieht's denn mit Sex aus? Nicht so. Im ganzen Satz, Kind. Mit Sex sieht's bei mir auch nicht so gut aus. Ja, gut. Jetzt hat Ihre Mutter bei uns um Hilfe gerufen. Und wir haben einen Mann für Sie gefunden. Den Fashion-Feuerwehrmann Ferdinand. Das ist ja wunderbar. Vergräume den nur, nicht mein Kind. So ein Feuerwehrmann ist eine ganz schöne Partie. Vorher brauchen wir aber noch ein paar Geschichten von Ihnen und Ihrer Mutter. Sie sind ja quasi die Hauptfigur in der Story. Könnt man sagen, dass Sie und Ihre Mutter wie zwei gute Freundinnen sind? Meine Mutter und ich sind wie zwei gute Freundinnen. Hat Ihre Mutter sie schon mal verkuppelt? Und die hatte doch noch nie was. Meine Mutter hat mich noch nie verkuppelt. Und sonst? Erzählen Sie uns doch mal was von Ihrer Mutter und sich. Geschichten, Dramen. Los, Beate, jetzt mal Feuer frei. Beatchen, erzähl doch, wie wir mit dem Fahrrad durch die Lüneburger Heide gefahren sind. Ich bin einmal mit meiner Mama mit dem Fahrrad durch die Lüneburger Heide gefahren. Und da hat es ganz doll geregnet. Das war damals, als mich mein Vater mit seinen Kegelfreunden durchgefügelt hat. Kind, was erzählst du denn da? Beziehen Sie weiter, Beate. Als ich zehn war, hat er mich mit zu seinem Kegelabend genommen. Und dann haben sie Königsmord gespielt, Papa und seine Kegelbrüder. Ich lag in der Mitte und alle acht standen um mich herum. Und dann haben sie es alle mit mir gemacht. Und Mama hat das gewusst. Sie hat Papa nicht rausgeschmissen, hat ihn nicht zur Rede gestellt, ihn nicht angezeigt und hat ihm auch nicht gesagt, dass er das ja nicht nochmal machen soll. Sie hat so getan, als wäre überhaupt nichts passiert. Das ist Lüge. Eine Lüge! Also, ich fand's gut. Und? War's gut? Und? War's gut? Ich hab's gut gefallen. War doch genau richtig für die Sendung, oder? Soll ich's nochmal erzählen? Machen wir weiter? Ich hasse sie so sehr. Warum kann sie mich nicht liebhaben? Ich werde ihnen helfen. Mit dieser Sendung. Da können sie sich gegen sie wehren. Aus der bodenständigen Beate und dem fischen Feuerwehrmann Ferdinand ist leider kein Paar geworden. Beate wird weiter mit ihrer Mutter Kniffel spielen. Aber wenigstens haben sich Mutter und Tochter versöhnt und es herrscht wieder Friede im Hauseschlunk. Die Hoffnung auf ihren Traumprinzen hat Beate aber noch immer nicht aufgegeben. Dass aus mir ein Ferdinand nichts geworden ist, finde ich schade. Aber wer mit mir nicht Kniffel spielen will, ist nicht der richtige Mann für mich. Größer ist die Enttäuschung bei Mutter Gertrud. Du bist doch die bodenständige Beate, oder? Ey, ich hab dich gestern im Fernsehen gesehen, das war so lustig. Sperr dir dann, ne? Kann nicht sein sollen. Ach, hey! Warst du nicht gestern im Fernsehen? Doch, ne? Die Kniffelfrau! Ich spiele keinen Kniffel. Doch, doch da stand aber. Beate spielt für ihr Leben gerne Kniffel. Los, lauf doch nicht weg. Komm schon, erzähl mir doch ein bisschen was darüber. Hey Beate, wir kriegen ein Autogramm. Das ist so schade, dass es mit dem Ferdinand nicht geklappt hat. Beate, ich hab bei Facebook eine Gruppe gegangen. Wir können doch zusammen Kniffeln. Ihr wart so ein schönes Paar. So lustig. Habt ihr denn noch Kontakt? Erzähl doch mal. Beate, warte. Komm schon, Beate. Wir sind doch deine Fans, Mann. Wie war das mit dem Ferdinand? Beate? Beate? Bist du das? Hey, was ist denn los? Was macht ihr denn hier? Wir waren, ähm… Wir waren, wir waren gerade am Briefkasten. Wir hatten ein paar Probleme mit der Post. Ja. Warum hockst du nur da auf den Boden? Die Sendung wurde ausgestrahlt. Und war gut? Ich spiel doch gar nicht so gerne Kniffeln. Dieser blöde Redakteur hat mir das alles eingeredet. Er hat gesagt, ich soll das so sagen. Das stimmt doch alles gar nicht. Ich hab mich nicht mit meiner Mutter versund und ich habe auch nicht mit diesem blöden Ferdinand… Ist ja gut. Ist okay. Pass mal auf. Du kommst jetzt erstmal mit zu uns und rufst dich da mal ein bisschen aus und… Und wenn du Lust hast, dann kannst du nächste Woche mit zur Hochzeit kommen. Von Roger und Jenny. Was hältst du davon? Ihr würdet mich mitnehmen? Na klar. Ja klar. Und diesem blöden Redakteur dem Zahn war es auch noch heim. Wirst du schon sehen. Wir sind die größten Mann. Wer hat 8,8 Millionen Zuschauer? Wir! Wer hat die höchsten Einstein-Boten aller Tokusums aller Zeiten? Wir! Wer ist Einstein-Botenkönig? Wir! Und wer hat die nächste Runde? Wer hat die höchsten Einstein-Botenkönig? Du! Hier, mach nochmal. Hier, zwei von der Demo hier. Hey! Das ist Beate und das ist Jasper. Hi! Hallo! Hi! Ja, ich habe die Kamera direkt mitgebracht und ich hoffe, dass alles klappt. Alles klar. Viel Glück! Tschüss! Tschö! Ich bin der Einstein-Quoten-König! Das ist der Einstein-Quoten-Dance! Einstein-Quoten-Dance! Einstein-Quote! Hey! Einstein-Quote! Hey! Einstein-Quote! Wuhuuu! Wissen Sie, wer der Einschalt-Quoten-König ist? Da komme ich nie zu Nebendorf. Arschen-Puddel-Sucht-Prinz? Wer ist da? 20.15 Uhr? Hauptverantwortlicher Redakteur? Die Olle, die war zu dumm, um aus dem Bus zu gucken. Die hat jeden Scheiß mitgemacht. Die wurde von ihrem Vater missbraucht, als sie klein war. Die Mutter hat nichts dagegen getan. Ihr normaler Mensch würde auch kein Wort mehr mit der Mutter reden. Aber die Olle nicht? Die wohnt sogar noch da. Wie krass ist das denn? Sie kommen ihr irgendwie bekannt vor. Kennen wir uns? Noch nicht. Ich bin der Bruder von der großen Jennifer Wieland. Ne. Die aus Ghost-Man? Die jetzt heiraten wird? Die finde ich ja toll. Ach. Finden Sie? Sie ist unglaublich. Ja. Soll ich mal was von meiner unglaublichen Schwester erzählen? Das ist eine faule Sau. Sie hat alles in den Arsch geschoben bekommen. Wer hat in der Schule geschuftet wie ein Blöder? Ich. Aber wer hat die guten Noten bekommen? Sie. Wer war immer nett und freundlich? Ich. Aber wen fanden alle immer toll? Sie. Wer hat tausend unbezahlte Praktika im Medienbereich gemacht, eine Ausbildung zum Mediengestalter? Ich. Wer hat keine Schauspielschule besucht und ist lieber für ein Auslandsjahr nach Neuseeland? Sie. Und wer wird ohne auch nur einen Finger krumm zu machen, Superfilmstar? Sie. Aber wer hat 8,8 Millionen Zuschauer zur Primetime am Freitagabend? Ich. 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 Wir sehen uns dann morgen. Ja? Ja. Was hat euch am besten gefallen? Ich. Ähm. Ja.. Die dramatischen Szene wo du dich auf den Boden geschmissen hast und gesagt hast, ich bin doch nur Schauspieler. Ja, der war gut. Der Björn war doch süß zu dir, merkst du gar nicht, wenn er dich mal anschaut. Mach auch mal ein bisschen, hör dir doch mal ein bisschen. Er masselt das doch nicht immer an. Am Anfang gab es ein paar Komplikationen, aber dann lief es echt super. Hast du gesehen, was draus geworden ist? Oh ja, das habe ich gesehen. Hey! Hallo Jasper! Hallo! Wie geht's dir? Gut, danke. Toll, dass du da bist. Erstmal auch alles Gute zur Hochzeit wünsche ich dir natürlich. Und das, Sie müssen der Bruder sein von Jenny, richtig? Hi. Jasper. Hi. Ach, das ist übrigens Beate. Beate kennen Sie ja schon. Beate wusste gar nicht, dass Björn ein Bruder ist. Komm doch mal rüber, Beate. Sie ist eine gute Freundin von Tamara und mir. Ein bisschen schüchtern. Aber sie freut sich wahnsinnig, euch kennenzulernen. Das ist Jenny übrigens. Ja klar, schön. Hallo. Beate, ich gratuliere Ihnen auch nochmal zur Hochzeit. Vielen Dank, das liegt von Ihnen. Danke. Ich glaube, mit dem Autogramm wird sie sich sehr freuen. Oh ja, das machen wir. Das ist gar kein Problem. Hab ich mir doch gedacht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sein können. Tolle Hochzeit. Ich habe all Ihre Filme gesehen. Ich finde sie echt toll. Danke. Ja, schade, dass Jamal nicht hier sein kann. Heute steckt vielleicht schon in Vorbereitung zum nächsten Ding, ne? Jawohl. Hey, hallo. Ich muss mal einen Kurs weiter. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Hochzeit. Dankeschön. Danke, später. Danke, bitte. Musik Hallo, Maike Borsch. Kommen Sie rein. Dankeschön. Sie müssen sich noch einen Moment gedulden, der Arzt ist gerade bei ihr. Hat Ihnen meine Frau am Telefon alle Informationen gegeben? Sie hat mir nur gesagt, dass Sie eine Nachhilfelehrerin für Ihre Tochter brauchen. Sie hat einen Hauslehrer, aber in Deutsch ist er überfordert. Haben Sie noch Fragen? Ja, Ihre Frau hat gesagt, dass Ihre Tochter eine Behinderung hat. Sie ist nicht behindert. Xeroderma Pigmentosum. Sie ist ein Mondscheinkind. Ah, Dr. Jasching. Kommen Sie bitte, reden wir unter vier Augen. Dankeschön. Herr Prenting. Ich habe keine guten Nachrichten. Die Ergebnisse der Gewebeproben sind sehr unruhigt. Die drei Melanome auf dem Rücken haben gestreut. Ich kann Ihnen keine Aufnung machen. Sie hat vielleicht noch sechs Monate... Und deshalb... Entschuldigung, ich wollte nicht lauschen. Schon gut. Was auch immer Sie gehört haben. Bitte erzählen Sie Ruth nichts davon. Ja, natürlich. Hallo? Hallo? Ah! Licht! Ich verbrenne! Verarscht! Du solltest dein Gesicht sehen. Ich bin die Hut. Maika, hi. Du bist die Nachhilflehrerin, oder? Ja. Wow. Sind die von dir? Ja. Schön. Findest du es albern, dass jemand wie ich Bilder von der Sonne malt? Nee, überhaupt nicht. Ich finde die total schön. Du hast echt Talent. Danke. Ich male sie aus Filmen ab. Wenn ich einen Film mit einer tollen Sonne sehe, dann drücke ich auf Pause und mal das Bild ab. Die ist aus Forrest Gump, die aus Titanic, die natürlich aus Ghost Man und die aus Star Wars und die weiß ich grad nicht mehr. Und? Hast du einen Freund? Nein, leider nicht. Und du? Hast du einen Freund? Na klar. Ich bin mit den Sternen verlobt und mit dem Mond verheiratet. Wir treffen uns jeden Abend. Entschuldigung. Das war echt ne blöde Frage. Warum? Naja, weil du kannst ja nicht raus und so. Und deswegen soll ich keinen Freund haben können. Wie lang ist deine Freundesliste bei StudiVZ? Keine Ahnung, so 80 bis 90 Leute ungefähr. Topic locker. Facebook? Alles um die 100, glaube ich. Habe ich auch mehr. Und dann chattest du den ganzen Tag? Kannst du denn gar nicht raus? Ich war seit 6 Jahren nicht mehr tagsüber draußen. Wenn ich bei Sonnenlicht draußen bin, kriege ich Hautkrebs. Und da ich mich so leicht verletzen kann, wenn ich das Haus verlasse, pflege ich meine Kontakte eben über das Internet. So kann mir nichts passieren. Oh, ich glaube ich muss auch gehen. Zeit ist schon um. Ziehen wir uns dann morgen? In die gleiche Zeit oder ist dir halb fünf lieber? Wer ist das? Meine Mama. Warum klebt deine Mama an deiner Mappe? Na so. Du stehst auf Rotter Buback? Ja. Er gibt mir Kraft. Wenn es mir schlecht geht, sehe ich mir seine Filme an. Die sind so lustig. Ich kenne die alle auswendig. Ja, er ist für mich sowas wie ein Familienmitglied. Weißt du was? Ich mache am Wochenende mit meiner Schwester eine Party. Hast du nicht Lust zu kommen? Oh, das ist nett, aber... Komm schon. Also, der Freund meiner Schwester hat bei den Ghostman-Filmen mitgearbeitet. Und der kennt Roger persönlich. Naja, ich meine, vielleicht könnt ihr euch ja mal unterhalten oder so. Komm schon. Das wird eine tolle Party. Ich weiß wirklich nicht. Ich hole dich um 8 Uhr ab, okay? Ich habe keine Ahnung, warum sie so einen Schless gemacht hat. Sie hat mir erst so einen Schless zu gekämen, dann brauchst du sicher nicht jeder oder was. Ja, sie hat sich das jetzt neu gegrüht, deswegen brauchst du sie nicht. Ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen. Schließlich hat er mich gefragt, ob ich zurückkomme. Mal jetzt Zeit? Alles klar? Ja. Was los? Schlechtlaut oder was? Nee. Keine Ahnung. Ich wollte euch jemanden vorstellen. Kommt ihr kurz mit? Ach nee. Klar. Gut. Das ist meine Schwester Clara und ihr Freund Gem. So ist die Ruth. Hi. Hi. Du bist also der Ethemit? Ja. Ich bin halt gerne mal alleine. Und du hast also bei den Gustman-Filmen mitgearbeitet? Ja, ich habe die Filme mitproduziert. Also Co-Producer. Oder eher Assistent vom Co-Producer, Junior-Producer. Ja okay, ich bin Praktikant. Aber sie übernehme ich. Der Vertrag ist schon unterschrieben. Cool. Glückwunsch. Danke. Ich bin der größte Fan von Roger Woback. Aha. Ich würde den so gerne mal persönlich kennenlernen. Wie ist er denn so privat? Ja nett. Also normal halt. Entschuldige. Hallo. Gem ist mein Freund. Du hast gefälligst die Finger von ihm. Klar. Und wie lebt sich so in deiner Höhle? Gut. Ich meine Sonnen. Echt? So als Gemälde? Ja. Cool. Die würde ich gerne mal sehen. Klar. Warum nicht? Das ist ein geiler Song. Wie geht's das denn? Wie geht's das denn? Oh mein Gott, sowas habe ich echt noch nie gemacht. Hey, das war doch total gut. Du hast voll Talent für diese Nummer. Ja, ich sollte auf diese Weltmeisterschaft fahren. Ich glaube, die ist in Finnland. Ich fahre da hin und rocke. Das ist mit so cool. Du fährst nirgendwo hin. Du hast Hautkrebs und das gleich dreimal. Schwarzer Krebs mit bösartigen Tumoren, die gestreut haben. Du verbringst die nächsten Monate in der Chemo und wahrscheinlich bist du in einem halben Jahr tot. Alle wissen es. Es wollte dir nur keiner sagen, weil alle Mitleid mit dir haben. Miststück. Guck mal, der ist wolkenlos. Und voller Sterne. Ich habe deinen Vater und den Arzt belauscht. Ich muss ihnen versprechen, dir nichts zu sagen. Mein Vater ist so naiv. Manchmal habe ich Angst vorm Sterben. Aber manchmal denke ich, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, tot zu sein. Kein Krankenhaus mehr. Keine Operation mehr. Keine Chemotherapie mehr. Kein Arzt mehr, der einem sagt, wenn sie dem UV-Licht aus dem Weg gehen, passiert ihnen nichts. Keine gemalten Sonnen mehr. Vielleicht ist ja da, ob ich dann hinkomme, eine richtige Sonne. Eine, die mir nicht wehtun kann. Für dich. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Wie gesagt, Chem kennt Roger und Jenny ganz gut. Wir gehen alle hin und es wäre echt schön, wenn du kommst. Das ist jetzt aber nicht so eine karitative Nummer, oder? So was wie der Aids-kranke Waisenjunge Mulumbo aus Südafrika darf einmal Bohnen von U2 treffen. Doch, eigentlich schon. Nee, natürlich nicht. Ich kann nicht. Wegen der Sonne. Weißt du, manchmal muss man auch etwas riskieren. Ich pass auf dich auf. Nur das Stück von hier bist du Rajas Haus. Und was ist mit Clara? Ach, Clara ist nicht so böse. Sie ist momentan nur etwas empfindlich. Unsere Mutter ist vor einem halben Jahr gestorben. Clara redet nicht drüber. Sie frisst alles in sich hinein. Sie kommt damit einfach nicht klar. Und du? Mittlerweile geht's. Wer weiß schon, was nach dem Tod passiert. Vielleicht sind wir ja danach alle da oben. Vielleicht ist deine Mutter ja bei den Sternen und beobachtet dich. Nein. Die ist hier. Die ist immer bei mir und passt auf mich auf. Ich ast intermittent MANDminute. Die ist leicher. Kannst Du noch einmal aus. Kannst Du noch aus? Esinski . Ja. Nein. Das ist nichts. Das ist nicht leer. Ich bin erleben, warum ich schon robbed. Das ist nicht leer. Alles. Ich bin natürlich einer. Was nicht eing лучше. Ich bin mit mir. Musik Wir können los Okay Musik 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 Wahnsinn Ja, awesome, kann ich mir sein Wenn ich meine Beate hätte gerne ein Foto mit euch zusammen, wäre das vielleicht möglich? Ja, super Rutsch mal zusammen Na, das ist Beate Beate Hallo Nehmen wir dich mal in die Mitte, ja, will ich auch sein Genau, perfekt Hast du Spaß? Ja, schön Willst du nicht auch mit drauf? Nee, passt schon Ich seh die ja noch öfter Die kam jetzt nur durch den Fernsehen, okay Hast du die gesehen? Ja, das war, das war, da hab ich glaube ich Ja, okay Warte mal, warte mal, dann kannst du mal bitte gerade wiederholen Hier Ja Ja Jasper mein Alter Wie geht's dir? Bestens Ich trainiere schon für den nächsten Marathon Das ist übrigens mein Neffe Dennis Freut mich dich kennenzulernen Ja, und mich erst Immer schöne Leute kennenzulernen, ne? Hallo Hallo Jasper war früher mein Stuntman bei den Ghostman-Filmen Ein Stuntman, der macht so Sachen wie Ich weiß, was ein Stuntman ist Roger? Kommst du mal gerade? Dies verdammte Kind, echt Danke, das ist echt noch Was ist denn für dir? Was ist mit meinen 10 Euro? Äh, kannst du die Tüte vielleicht noch da oben auf den Schrank stellen? Da müsste auch irgendwo mein Portemonnaie liegen Da? Ja, ja Lasst du die Tüte aus Ey, mach die verdammte Tüte aus Ich mach die Tüte, also ne? Ich mach die Tüte, noch wär dein Buch Ich mach dich fertig Ich hab die Schuhe auf die Schule hier in ganz gestaute Strecke. Hey! Und, hat alles geklappt? Ja. Gut, dann soll ich zum Liebescheiden. Kannst du das nicht übernehmen? Bitte. Du checkst es einfach nicht. Er darf mich doch nicht sehen. Jetzt mach schon. Diese bescheuerten Herzen, die hat sie auch sparen können. Ich wollte dir eine Freude machen. Ja, und selbst dafür bist du zu dumm. Hässlich und dumm. Du weißt ganz genau, ob ich eine Allergie habe und die nicht essen kann. Und jetzt sieh zu, dass dieses Blug endlich den Brief schreibt. Und achte darauf, dass du den Schlüssel nicht stecken lässt. Also, du wirst jetzt einen Brief an deinen Onkel Roger schreiben. In dem steht, dass er 500.000 Euro bereithalten soll. Sie haben doch alle Latten am Zaun. Dann schreibt. Dann schreibt. Dann schreibt. Komm. Und wenn ich aufs Klo muss, geh. Warum haben Sie geweint? Ich hab nicht geweint. Natürlich haben Sie geweint. Sie haben rote Augen. Das geht dich nichts an. Los, schieb deinen Arsch da rein. Also, ich hab ja noch nie geweint. Schön für dich. Natürlich hast du schon mal geweint. Was würdest du denn machen, wenn jemand sagt, dass du hässlich und dumm bist? Ihm aufs Maul hauen? Ja, das geht aber nicht immer. Ich lasse mir halt nichts gefallen. Wenn mir einer krumm kommt, sage ich ihm, dass er netter zu mir sein soll. Aber ich weine doch nicht. Das machen nur kleine Mädchen. Jetzt versuch, auszuschleifen. Daher ist der Tag auch low. In der Zeitung erzielt. Das ist das Ding. Ich mach mich. Der Tag auch. Daher ist doch alles gut. Das ist das Ding. Sehr geehrter Herr Straub, bla 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 bla. Da es sich bei der von Ihnen beantragten Operation um keine medizinischen Zwingung der vorderlichen Intervention handelt, können die Kosten für die von Ihnen beantragten Operation nicht übernommen werden. Sie sind doch der Stumpf von Onkel Roger. Wie bist du da rausgekommen? Einfach Trigger aus dem Ypsack. Ich lach mich weg! Wollen Sie mich jetzt mit dem Rollstuhl einfangen? Sie sind ja echt ein komischer Verein. Tamara! Tamara, komm her! Die ist weg. Ich habe die Tür klein gehört. Sie bringt wohl gerade den Liebesbrief für Onkel Roger zur Post. Das ist ein kleines Dies! Hi! Hey! Na? Wie geht's dir? Alles gut. Und dir? Ja, auch. Es gefällt dir wohl, mich am Boden zu sehen. Hau doch ab! Verschwinde doch! Spielen's gut, Gitarre? Was geht dich das an? Ich soll auf der Hochzeit für Onkel Roger singen. Und habe wegen Indie Probe mit dem Gitarristen verpasst. Schön für dich. Ach nein. Da ist erst mal der Tanz. Haben Sie Lust, auf der Hochzeit mit mir zusammen zu spielen? Ich gehe bestimmt nicht auf die Hochzeit von Roger Bovak. Was haben Sie eigentlich gegen meinen Onkel? Er hat mir die Wirbelsäule gebrochen. Ghostman sollte aus der Rheinsalbe anspringen. Alle haben gesagt, das wäre viel zu riskant bei diesem Wind. Aber der große Roger Bovak hat darauf bestanden. Also bin ich gesprungen. Ja. Und jetzt sitze ich hier. Und diese verdammte Szene ist noch nicht mal im Film zu sehen. Da ist doch wohl nur recht unfair, dass mir ein verdammter Onkel wenigstens die Operation bezahlt, die mir sonst niemand bezahlen will. Ach. Jetzt rufst du ab, wo du gehört hast, was dein Onkel für ein Schweinehund ist? Vielleicht ist er ein Schweinehund. Aber dafür weiß er wenigstens, was es heißt, seine Frau zu lieben. Der nennt sie nicht dumm und hässlich. Ich weiß, wer sie sind und wo sie wohnen. Damit ist ihre Entführung geplatzt wie eine Seifenblase. Aber vielleicht halte ich auch meine Schnauze. Und zu einer Bedingung. Sie tränten mit mir bei der Hochzeit von Onkel Roger auf. Einverstanden? Okay. Cool. Dann sollten Sie sich jetzt um Ihren Brief kümmern. Du hast recht, du... Scheiße. Wer hat 8,8 Millionen Zuschauer? Ich, ich, ich. Und dafür? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es direkt am ersten Abend klappt. Habt ihr damit alles, was ihr braucht? Ja, cool. Oh, fuck. Hey, jetzt geht denn der Asch auf Grundeis, was? Danke nochmal. Wir sehen uns. Tschüss. Tschö. Schon mal. Schö. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er kann uns nicht mehr unterstützen Wie soll ich Studium und Miete finanzieren? Was macht der Artikel? Okay, aber wo ist das Interview mit dem Oberbürgermeister? Hab ich nicht gekriegt? Es tut mir leid, ich bin dauernd von der Sekretärin abgeblockt worden Was sollen wir denn mit einem Bericht über die Lokalpolitik, wenn wir nicht mal ein Interview mit dem Oberbürgermeister haben? Da sieht man mal, was dir ein dämliches Studium bringt Du lernst drei Jahre lang was über Journalismus, Redaktionsarbeit, Medienrecht, aber wenn es um ein publiges Telefoninterview mit dem Oberbürgermeister geht, bist du überfordert wie ein kleines Kind Warum bist du denn so gemein zu mir? Ich kann nichts dafür, dass du den Studienplatz nicht bekommen hast Was hat denn das jetzt schon wieder damit zu tun? Du weißt ganz genau, dass ich diesen blöden Studienplatz eh nicht haben wollte Ja, klar Ja, ein Volontariat war mir viel lieber An der Uni treiben sich doch nur Idioten rum, alles Theoretiker, die vom Leben keine Ahnung haben Und das Ergebnis sieht man an diesem wertlosen Artikel Das Entscheidende, das Praktische, das Interview fehlt Es tut mir leid, dass ich das Interview nicht gekriegt habe Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wenn der Artikel auch nichts einbringt? Ich habe da vielleicht noch was Ich habe den Tipp bekommen, dass auf der Hochzeit von Roger Bovac vielleicht was zu holen ist Der soll einen Geliebten haben Was? Ja, das wäre der Hammer Jede Zeitung zahlt uns dafür ein Vermögen Ja, wenn es denn überhaupt stimmt Aber das ist doch kein seriöser Journalismus Seriös können wir später sein Jetzt werden wir erstmal reich Ja, ihr habt 5000 pro Foto Alles klar, so kommen wir ins Geschäft, okay? Okay Wenn wir es schaffen auf die Hochzeit zu kommen, hilft sie uns das Foto zu machen Und Neumüller wird uns ein solches Bild vergolden Ja Wir werden reich Komm, wir feiern Tanz mit mir, bald schwimmen wir im Geld In einem Swimmingpool voller Geld Vor unserer Villa Neben der Garage mit den 35 Maseratis Und dem Rufrauberlandeplatz Und dem Bord Der Yacht Ja 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 Wie kommen wir denn jetzt auf die Feier? Wir schleichen uns ein Durch die Hintertür oder durch ein Kellerfenster Ja, ja, genau Dann probiere ich es beim Management von Roger Buwak Mein Schatz Offiziell keine Presse auf der Feier Ja Ja, offiziell Aber Inoffiziell Hilf bestimmt ein bisschen weiblicher Scham Okay Aber diesmal muss es klappen Es muss einfach Ich meine, denk an Günter Wallraff Der riskiert richtig was für seinen Artikel Schatz Es muss klappen, okay? Nein, nein, die Veranstaltung findet unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt Schönen Tag noch Auf Wiederhören Ja? Ich bin Vanessa Mayberg, Chefredakteurin von Young Spirit Wir sind das neue Magazin Cool und immer top aktuell Alle jungen Leute lesen Young Spirit Wir richten uns an die 20... Wenn ich das Magazin nicht kenne, dann ist es auch nicht cool Und ganz sicher lesen es auch nicht alle jungen Menschen Das wüsste ich davon Also Was wollen Sie? Das Magazin ist noch ziemlich jung Quasi ein Geheimtipp Die neue Neon Aber unsere Absatzzahlen haben sich innerhalb des letzten Quartals verdoppelt Schön für Sie Was wollen Sie? Roger Buwak Ist das Idol unserer Zielgruppe Wenn Sie mir und meinem Fotografen Eine Einladung und ein Exklusivinterview auf der Hochzeit geben Dann werde ich Ihnen beweisen, wie gut wir sind Kann es sein, dass Sie gar nicht für dieses Magazin arbeiten? Dass Sie für überhaupt kein Magazin arbeiten? Ich brauche diese Einladung Warum sollte ich Ihnen eine Einladung geben, wenn ich allen anderen keine gebe? Also Bitte Bitte In Ordnung Sie können sich zwei Einladungen holen Danke Danke Sie wissen überhaupt nicht, was mir das bedeutet Für dich Danke Auf allen Vieren Und Musik Musik Du kannst jederzeit gehen Die Tür ist offen Musik 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 Hallo Nein, ich möchte nicht mit der Sekretärin sprechen Es geht einfach nur um ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister Es geht um ein Interview, okay? Das ist ein Herrler Ey wie Hammer Schatz, was ist denn los? Schatz, was hast du denn? Was ist denn los? Ich habe nur getan, was du wolltest Was hast du getan? Was hast du getan? Jetzt mach die Tür auf Das schon, ich habe dir die Karten besorgt Was meinst du? Nein, tu das nicht Ich habe das doch nur für uns gemacht Ich kann nicht, ich haut ihm auf die Fresse Nein, du haust ihm nicht auf die Fresse Dann war alles umsonst Mensch, der Wagner Na, läuft's als Freier? Ja klar, läuft's Hab ich ja gesagt Ich hätte ihn ja so gerne übernommen Aber die Kollegen Und mir waren da die Hände gebunden Aha Nee, Herr Neumann, ich bin durch damit Mit der Nummer Ich arbeite nicht für so wenig Geld mehr Das Boah Nee Mutig, mutig, Wagner Mutig, mutig Die Kollegen vom Sport Bräuchten jetzt noch jemanden Aber in dem Sinn Also frohe Schaffen als Freier Respekt Ich habe dir gesagt, ich bin durch damit Kann ich mal ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Roger, Jenny Kommt doch mal nach vorne Jetzt geht's hier um euch Liebe Jenny, lieber Roger Als Bruder der Braut Kann ich's mir natürlich nicht nehmen lassen Mein Geschenk persönlich zu überreichen Und ich habe lange überlegt, was ich so erfolgreichen und so einem solventen Paar schenken kann Und ich habe mich für etwas entschieden, womit ihr beide sicher nicht gerechnet hättet für uns Ja, was mittler ist Was, was er denn für eine Scheiße hier? Ja, Ein-Chai-Quote Dance, Ein-Chai-Quote, hey Ein-Chai-Quote. Das ist der Ein-Chai-Quote Dance, Ein-Chai-Quote建z, Ein-Chai-Quote, hey Ein-Chai-Quote Wollt'c hit mal was von meiner unglaublichen Schwester erzählen? Das ist ne faule Sau! Die hat alles in den Arsch geschoben bekommen... Wer hat in der Schule geschuftet wie ein Blöder? Ich. Da habe ich die guten Noten bekommen. Sie. Wer war immer nett und freundlich. Ich. Ja, wir mussten da so ein, äh... Sie. Du kommst mit. Tauchen und bezahlte Praktika in Medien bereits gemacht. Aufgrund zur Mediengestalter. Wer hat keine Schauspielschule besucht. Das ist der... Einstein-Booten-Dance. 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 Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich weiß nur, dass ich jetzt nicht mehr in Wieland sein möchte. Hey, ähm... Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das, was ich auf der Party zu dir gesagt habe, war ziemlich gemein. Ist schon okay. Was ist mit Cem und dir? Den kannst du geschenkt haben. So war das jetzt nicht gemeinlich. Schon okay. Du solltest dich schämen. Wie du schon da sitzt. Voller Selbstmitleid. In deinem Elend badend. Nachdem du einen Menschen unglücklich gemacht hast, der dir nie was getan hat. Nur weil du es nicht ertragen kannst, dass jemand glücklich ist. Ist das noch meine Schwester? Du widerst mich an. Weißt du das? Du widerst mich an. Cem hat mich verlassen. Wieso? Er ist eben ein schön Wetterfreund. So lange es mir gut geht, ist alles wunderbar. Kaum habe ich ein Problem und es geht mir schlecht, sieht man von Cem nur noch die Staubwolke am Horizont. Außerdem ist der Islamist, der flinkt doch bestimmt bald mit dem Flugzeug in den Kölner Dom. Warum? Was soll ich mit so einem? Ich ertrage es nicht noch jemanden zu verlieren. Dann erzähl doch mal jemand, wie es dir geht. Du kannst mit mir reden, mit Jenny, Roger, Papa, Julia. Die sind alle für dich da. Und lenk dich mal ab. Du leidest den ganzen Tag vor dich hin. Ist doch klar, dass man so ein Miesepeter wird. Soll ich mich jetzt im Töpferkuss anmelden? Nee. Aber vielleicht kannst du uns helfen. Wir haben Jennys erste Schauspiellehrerin gefunden. Die beiden sind irgendwie zerstritten, aber ich weiß, dass Jenny sehr viel von ihr hält. Es wäre echt schön, wenn wir es schaffen würden, diese Frau als Überraschungsgast auf die Hochzeit zu bringen. Jenny würde sich so freuen, wenn sie sich versöhnen. Und? Vielleicht kannst du sie überzeugen zu kommen. Nee, sowas kann ich nicht. Na klar kannst du das. ... ... ... Ich hasse diese Scheiß-Sonne! Ich hasse diese Scheiß-Sonne! Ich hasse diese Scheiß-Sonne! Wer sind Sie denn? Guten Tag, ich bin Clara Borch. Sind Sie Rita Dietrich? Kommen Sie rein. Sie können sich da hinsetzen. Ich bin Besuch nicht gewöhnt. Ich will meine Ruhe haben und nicht gestört werden. Ich habe also auch nichts im Haus, das ich Ihnen anbieten könnte. Ach, das macht doch nichts. Sie kennen doch Jennifer Wieland. Raus hier. Raus. Verschwinden Sie aus meinem Haus. Entschuldigung, ich wollte... Sie wissen ja nicht, wovon Sie reden. Gehen Sie jetzt! Ich dachte, Sie wären Ihre Schauspielerin gewesen. Ich war mehr als das. Sie hat doch hier gewohnt. Ich habe ihr alles beigebracht. Wir waren wie eine Familie. Ich habe sie zu einer Schauspielerin gemacht. Und dann? Dann? Dann kam Roger Bowack und hat mir mein Juwel weggenommen. Für den lächerlichsten Film, der auf der Kinoleinwand jemals gezeigt wurde. Ghost Man. Eine alberne Komödie, in der Mario Barth den Schurken spielt. Ich habe sie seitdem niemals wieder gesehen. Jennifer heiratet nächstes Wochenende und sie würde sich so freuen, wenn sie auch kommen würden. Ich würde lieber sterben, was zu sehen, wie sie diesen Pavian heiratet. Tun Sie es doch für Jenny. Reden Sie doch nicht so geschwollen daher. Sie haben keine Ahnung, was es heißt, jemanden zu verlieren. Doch, das weiß ich. Und ich sage Ihnen, Sie haben keine Ahnung. Ich wollte Ihre Gefühle nicht verletzen. Auf Wiedersehen, Frau Dietrich. Ja, ich habe echt alles versucht. Ja, schade. Aber okay, kann man nichts machen. Ja, wir werden schon noch einen anderen Überraschungskatz finden. Nee, nee, ich will es auf jeden Fall noch mal versuchen. Okay. Ich schaffe das. Wie du meinst. Dann viel Erfolg. Okay, bis dann. Melde ich dann noch mal, ja? Ja, mache ich. Bis dann. Okay, ciao. Tschü. Ich hasse den Wald. Überall die blöden Zecken. Sie sind ganz schön feindselig. Kein Wunder, dass Sie sich mit Jennifer gestritten haben. Aber jetzt könnten Sie doch über Ihren Schatten springen. Jenny wünscht sich so sehr, dass Sie sich wieder versöhnen. Dann hätte sie sich nicht mit diesem Golem zusammentun dürfen. Ich komme nicht zur Hochzeit. Ausschluss und Basta. Schade. Was meinten Sie, als Sie sagten, Sie wüssten, was Verlust bedeutet? Das geht Sie nichts an. Ich will einfach nicht drüber reden, okay? Was halten Sie von einer Wette? Eine Wette? Eine Wette? Ja. Einmal hin und zurück. Und wer zuerst wieder hier ist, hat gewonnen. Sie wollen mit einer alten Frau um die Wette schwimmen? Haben Sie Schiss? Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe doch gar keine Schwimmsachen dabei. Hallo? Sonne. 35 Grad. Sie sind doch in zwei Minuten wieder trocken. Also nehmen Sie mal hier nicht rum. Deal or no deal. Okay. Worum geht es? Wenn ich gewinne, dann kommen Sie mit zur Hochzeit. Und wenn ich gewinne? Dann kommen Sie eben nicht mit. Ich lache mich ja kaputt. Wenn ich gewinne, dann erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Deal or no deal. Deal. Auf drei geht's los. Eins. Zwei. Drei. 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 Leck mich doch am Arsch, ey. Boah, bin ich platt. Und Sie stehen da, als wären Sie gerade noch in der Badewanne geschwommen. Also gut, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Mein Freund hat mich verlassen und vor ein paar Monaten da... Sie müssen mir das nicht erzählen, wenn Sie nicht wollen. Außerdem hätte ich vielleicht erwähnen sollen, dass ich deutsche Meisterin gewesen bin. Deutsche was? Erste, 1500 Meter Freistil, deutsche Schwimmmeisterschaften, 1990 in München. Boah, Sie Arschgeige! Ich kraul mir die Seele aus dem Leib, um durch diesen Scheißtümpel zu kommen. Und Sie sagen mir nicht, dass Sie zu Hause eine ganze Schwimmtrophäensammlung stehen haben? Meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Danach hat sie zweieinhalb Monate im Koma gelegen. Wir haben sie zu uns geholt. Ich habe doch bei ihr gesessen, mit ihr geredet und ihre Hand gehalten. Und manchmal habe ich gedacht, sie schaut mich an, wenn ich ihr in die Augen geblickt habe. Manchmal dachte ich, sie drückt meine Hand. Ganz leicht. Aber meistens waren ihre Augen tot. Und ihre Hände lagen einfach nur schlaff in meinen. Sie war einfach nicht mehr da. Wann ist sie gestorben? Das tut mir leid, ich... Schon gut. Und? Was ist jetzt? Kommen Sie mir zur Hochzeit oder nicht? Warum ist Ihnen das so wichtig? Jenny würde sich so freuen. Ich war ziemlich gemein zu jemandem. Das tut gut, etwas Gutes zu tun. Sie sind ein guter Mensch, Clara. Na gut. Dann komme ich eben mit zu dieser Hochzeit. Aber wenn das Kamel frech wird, dann trete ich ihm höchstpersönlich mit Anlauf in seine Eier. Ja, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Unsere Eltern haben da auch noch einiges sozusagen. Ach Mensch, es tut mir echt leid. Aber wir haben auch noch eine Überraschung für dich. Ach ja? Wollt ihr mir vielleicht auch noch mitteilen, wie beschissen ihr mich findet? Quatsch. Mach mal die Augen zu. Was ist diese scheiße Pferde? Frau Dietrich. Mit ihm hätte ich ja niemals gerechnet. Ich räume es so. Alles Gute zur Hochzeit. Danke. Danke. Ihr seid verrückt. Gerne. Dir natürlich auch. Alles Gute. Wissen Sie was? Kommen Sie her. Ja, wo sind Sie denn jetzt? Mann, ich habe doch gesagt, die kommen gleich. Jetzt warte doch mal, bitte. Hier, wie sieht es denn jetzt aus? Sind Sie hier einsatzbereit? Ja, immer. Ich wusste eine geheimnisvolle Geliebte. Rechts geht es nach Bremen. Und der andere sagt, links geht es nach Bremen. Sie gehen jetzt ins Ankleidezimmer. Und verstecken sich da, damit Roger sie nicht sieht. Penny und Roger kommen da hin und sie können die Fotos machen. Und der andere sagt, links geht es nach Bremen. Und der rechte weiß, dass sein Bruder lügt. Und der linke weiß, dass sein Bruder lügt. Ja. Und die Öl gibt es nach Bremen. Und die ganze Brüder schossen sind. Hallo. Hallo. Das stimmt. Entschuldigung. Entschuldigung. Könnte ich Sie vielleicht ganz kurz unter vier Augen sprechen? Kennen wir uns? Ja, ich bin vom Tunneltheater. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Wilhelm Tell. Ich war der vierte Baum von links. Und wie ist es? Äh, Ben, Benedikt? Benjamin. Ah. Ja, wie gesagt, vielleicht ganz kurz unter vier Augen? Ja. Da vielleicht? Okay. Oh, ähm, vielleicht könnten wir einfach da reingehen. Das sind Privaträume. Und dann geht's zum Ankleidezimmer. Ja. Bitte. Okay. Yes. Alles gut. Ich bitte stopke. Sie kommen. Sie kommen. So. Was kann ich für Sie tun? Nun ja, ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass ich ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit bin. Immer im Ankleidezimmer. Ja. Kommen Sie doch ein Stück hier rüber. Boah, ich weiß nicht, was das soll. Darf ich Sie einmal umarmen? Wie bitte? Nur ein einziges Mal? Moment. Machen Sie das nochmal. Diesen verzweifelten Blick. Nicht schlecht. Ja, und jetzt versuchen Sie mal richtig böse zu gucken. So richtig böse. Das ist gut. Ja, das ist gut. Wir sind noch auf der Suche nach einem Schurken für den nächsten Ghostman-Film. Herkules. Interesse? Ja, es ist nicht die Hauptrolle, aber es ist die größte Nebenrolle. Wir suchen seit Monaten nach so einem Gesicht. Ich weiß zwar nicht, ob Sie Zeit haben und ich denke, Sie haben sicher einen vollen Terminkalender. Nein, nein, das passt. Das kriege ich schon irgendwie dazwischen geschoben. Ich muss das sowieso noch mit meinem Regisseur besprechen, aber da ich den Film mitproduziere, da fällt mir ein, ich habe sowieso gerade das Kostüm im Schrank hängen. Wollen Sie mal anprobieren? Das passt mir doch sicher sowieso nicht. Probieren geht lieber studieren. Lass mich mal in den Schrank. Ach du Scheiße. Was war das? Das war ich. Ich bin Bauchredner. Vergessen wir das mit dem Kostüm. Das ist doch Ihre Hochzeit heute. Da wird gefeiert. Komm, gehen wir mal ein Bierchen direkt drauf. Gute Zusammenarbeit. Na gut. Dann stelle ich es dir auch direkt mal unserem Manager vor. Er kann dann auch mit Ihnen die ganzen Vertragssachen machen. Produzent ist leider nicht da. Er ist in der Karibik auf Drehort suchen. Karibik. Na, wie war's? Was wollen denn Sie? Entschuldigung, kennen wir uns? Leute, lassen Sie sich nicht belästigen. Wir haben noch ein paar wichtige Sachen zu besprechen. Entschuldigen Sie. Sieht nicht so aus, als hätte es geklappt. Tja, das war es dann wohl mit unserer Rache. Sieht aber auch nicht aus, als tätest du dir leid. Doch, das tut's. Komm, wir gehen uns besaufen. Ich hab gleich gewusst, dass das ein Rohrkrepierer wird. Scheiße, da kommt schon wieder jemand. Heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Heute ist der schlimmste Tag. Was? Oh, mach ein Foto schnell. Ja, ja. Ah, ha, ha. Hast du das drauf? Und ob. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Oh. Hey. Peter. Ja, grüß dich. Altes Haus. Schön dich zu sehen. Alles klar? Prima. Ja, wie du siehst, eine kleine Gesellschaft. Und wer ist jetzt? Das Ortpaar und daneben Dennis. Der Kleine. Der hat das Lied ganz alleine geschrieben. Ach, der Kleine? Ja, aus dem machen wir was. So, und jetzt hält der Papa mal eine kleine Rede. Gut. Ich darf doch mal kurz um Aufmerksamkeit bitten. Okay, Leute. Ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Roger. Jenny. Ich wollte sagen, wie stolz ich bin, euer Manager. Und ich glaube, ich darf das nach so vielen Jahren sagen, auch euer Freund sein zu dürfen. Und hoffentlich noch in den nächsten Jahren weiterhin sein werde. Dankeschön. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Und jetzt singt für euch Dennis, weil Dennis ein Lied geschrieben hat für Jenny und Roger mit dem Namen Rainbow. Bitte schön. Und wie ich gehört habe, wird Dennis auch noch zusätzlich von einem Freund auf der Gitarre begleitet. Nämlich von Jasper. Gut siehst du aus, alles aus. Wusste gar nicht, dass du auch musikalisch bist. Kannst du mal sehen. Prima. Danke. Prima. Danke. 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 sowie Die einsamen Damen da hinten bitte, anzukommen. Bis zum nächsten Mal. Hilfe! Hilf mir! Ghost Man! Hilfe! Hilfe! Bitte, Ghost Man! Rette mich vor Hercules! Hilfe! Ghost Man, hilf mir! Du wirst diese Frau nie bekommen, Ghost Man! Hilfe! Ich komme, Baby. Always trying, maybe you know how it feels when you can't think, yeah. No one seems to, seems to understand you, that's the way it seems, yeah. But once it hits you, you know just what to do, no more pressure, yeah. It's not my day, that's what I say, I find a way, I take my time. Going up, not going down, cause I know sometimes, yeah. It's not my day, but that's okay, and it's not bad to feel this way, cause I know I come around, yeah. Cause I know it's a way, but everyone thinks that I'm a clown. Days, I wish I wouldn't feel so down, but I try, yeah. Yeah, it's not my day, that's what I say, I find a way, I take my time. Going up, not going down, cause I know sometimes, yeah. It's not my day. Days, I wish I wouldn't feel so down, cause I know it's a way, I think it's a way, 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 it's a way,